Das hier ist Amy und sie entscheidet einen ganzen Stream lang, welche Loadouts sie spielen. Sollte ich keinen Sieg mit einem von den Loadouts holen, muss ich einen Poster, den mein Twitch-Chat aussucht, hier an meine Wand hängen, der also immer sichtbar in meinem Stream ist. Und dabei fangen wir mit den schlechtesten Loadouts, die es in Warzone gibt, an und arbeiten uns über einigermaßen gute Waffen bis hin zu den absoluten Meta-Waffen. Viel Spaß mit dem Video. Das hier ist der Staring Guest heute. Das ist Amy für diejenigen, die es noch nicht eben mitbekommen haben. Let's go. Wir fangen an mit dem ersten Loadout. Das sind die Other Loadouts. Das sind also wirklich die schlechtesten Loadouts, die es in Warzone gibt. Eine 9mm Demon. Jetzt nehme ich dieses Leckerli in die Hand, habe in beiden Händen im Endeffekt ein Leckerli. Linke Seite bedeutet, wir nehmen ihn nicht. Rechte Seite bedeutet, wir nehmen ihn. Okay, jetzt probiere ich das mal aus, ob das funktioniert. Okay, wir nehmen den Loadout. Rechte Seite zuerst. Also wir nehmen die 9mm. Jetzt müssen wir die nächste Waffe nehmen. Let's go. Oh, warte. Die Lachmann-Schroud. Also, Lachmann-Schroud bin ich. Verdammt! Die wäre nämlich gut. Lachmann-Zapp. Also das heißt, wir müssen nochmal drehen. Also das sind hier nur so... Nur so Trockenfutter-Dinger. Ne? Nix Dolles. Oh mein Gott, die möchte ich nicht haben auf jeden Fall. Also nehmen wir die GS Magna. Interesting. Ach, zwei Pistols. Können wir gar nicht machen, ne? Wir können nicht zwei Pistols nehmen. Dann müssen wir es nochmal neu drehen. Neu gedreht. EDSW. Also PDSW finde ich gut. Einmal so. Wir nehmen die PDSW. Wie witzig wäre es, wenn ich jetzt direkt am Anfang einen Sieg hole? Wie fändet ihr das? Also ich glaube, beide Waffen sind wirklich absolut ass. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und gucken uns das mal an. Let's go. So, erster Loadout. Und das sind jetzt die Other Weapons. Also die, die wirklich schlecht sind. Uh. Wir müssen schnell nachladen. Da war jemand oben. Okay. Da war der erste down. Aber der andere ist hier auch noch... Oh, der ist ja in der Ecke. Oh mein Gott. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ohohohoho. Ich höre hier auf jeden Fall noch irgendwas. Also irgendwas kriecht und klau... Krausch und Flausch stehen noch rum. Alter, diese Waffe. Die TTK von der Waffe ist wirklich einfach nur ass, ey. Aber egal. Wir müssen ja alles mal ausprobieren, ne? Vielleicht finden wir hier auch die absoluten Meta-Waffen. Oh mein Gott. Also ich glaube, die Pistel ist wirklich absolut kacke. Oh mein Gott. Ich glaube, der wird mich hassen, der Dude, ey. Weißt du, der mag mich? Ich habe mich jetzt schon dreimal gekillt. Ach du Scheiße. Aber es sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir können uns jetzt hier noch ein bisschen Geld zusammensammeln. Wir haben eine Drohne gefunden. Wichtig. Wichtig fürs Endgame. Okay, nein. Guck mal, da können wir jetzt dort partieren. Nein, nein. Ich bin nach vorne gesprungen. Warum bin ich denn so blöd? Ich bin so blöd, Alter. Ich habe Wurstfinger. Das ist das Problem. Das ist jetzt kacke. Ich habe halt nichts Longrange-mäßiges, ne? Selbst wenn das jetzt gleich irgendwie... Ich kann hier nichts... Ach, du Scheiße. Okay. Ich meine jetzt gleich die Rotatierung des Zorns. Okay, Chat. Bleibt ihr alle bereit für die Rotierung? Für die Rotatierung des Zorns? Oh, ich werde gesniped von da vorne. Nein, das Dümmste, was passieren kann, passiert. Nein, das Blödste, was passieren hätte können, passiert. Ich werde jetzt da oben die Person smoken. Wie gut hat das geklappt? Relativ gut. Oh mein Gott, da hat jemand anders auch dieselbe Idee. Ich bin weg. I'm gone. Oh mein Gott, ich bin nicht hochgekommen. Weiße. Ich Schreckfinger! Ich wollte hier das Ding... Wieso schlag ich? Aber habe ich gut gespielt, oder, Chat? Also wir sind jetzt bei Viable. Viable bedeutet, wir sind einigermaßen okay, aber nicht wirklich gut. Viable geht hier los. Irgendwie alles gut. Eine F-Tag-Siege. Ich kann das nicht. Oh nein, doch. Eine DG58-LSB. DG58-LSB nehmen wir. Jetzt kommt die nächste. Und die FSS-Hurricane. Gerade noch drüber gesprochen. Oh, die nehmen wir auch. Okay, die DG war ja mal sehr, sehr lange Meta. Die habe ich wirklich sehr, sehr gerne als Meta gespielt, muss man sagen. Das heißt, ich glaube, dass die gar nicht so ass ist. Und hier die FSS-Hurricane dann. Er hat seine Waffen gefunden. Oh mein Gott. Ich bin einfach so ein Pro. Oh mein Gott. Oh shit, Lino. Oh mein goodness. Oh shit. Was macht er denn? Okay. Lodi holen. Viable Lodi. Mit der DG58 und der FSS-Hurricane. Let's see. Das kann nur gut werden. Oh mein Gott. Dieses Aim. Habt ihr das gesehen? Easy. Easy. Wir haben schon zehn Kills. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal mehr als eben. Nee, auf dem Dach wollen wir nicht. Oh, die fühlt sich aber immer noch gut an, die DG58. Oh nein, ich verkacke. Wieso träfe ich ihn nicht? Boah, der bleibt auf meinem Loadout. Deswegen gehe ich hier. Wir freuen uns zum Loadout. Das wird mein zwölfter Kill-Chat. Ich call's, okay? Das call ich jetzt. Hier noch ein bisschen Money. Wir brauchen auf jeden Fall noch Platten, bevor wir da wieder in den Gunfight gehen können. Guck mal hier, in der Killster-Stopp bestimmt eine Platte. Eine Platte haben wir. Er ist hier. Oh mein Gott. Gucken wir mal, ob wir hier oben ein paar Pics holen können. Oh, raus hier. Er hat schon dick und fett gefrühstückt, der Hund. Ich glaube, der lebt hier gerade sein Schlebberleben des Dings. Aber es ist ja immer so, bei Opa, Oma oder bei Tante, Onkel, da darf man immer ein bisschen mehr essen, als man sonst essen darf. Okay, die sind noch einen weiter runter. Oh. Na gut, blöd, hier unten drin einfach zu sitzen, sag ich mal ehrlich, ne? Also die FSR's Hurricane fühlt sich auch irgendwie besser an, als ich gedacht habe. Ne? Und die DG ist wirklich immer noch geil. Oh mein Gott, er hat mich hier, er hat mich geschockelt. Er hat mich geschockstabt. Hä, wer wirft denn hier die ganze Zeit Schockstäbe auf uns? Wer ist denn hier die ganze Zeit am Schockstab werfen? Was wirft der denn hier die ganze Zeit auf mich? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Nein, das war... Das nächste, was jetzt kommt, das heißt, die nächste Variante, da sind wir nämlich schon bei Very Good. Okay, und damit sollte es wirklich easy werden. Aber das war jetzt gerade wirklich einfach nur Pech, muss man sagen. Und es geht noch weiter zu Contender. Also das sind die, die sich mit den Metern zusammen abwechseln. Und es geht auch noch weiter zu den Meta-Waffen und auch den absoluten Meta-Meta-Waffen. Oh mein Gott, wer hat eben von der Interceptor? Oh, I can't. Ich hoffe, dass Amy da keinen Bock drauf hat. Und, lof, lof. Lof, lof. Schau mal los. Ich kann das nicht. Und die nächste Waffe wird sein... Die Ball 27. Ist das kacke. Oh, nein. Hätte ich jetzt auch nicht so geil gefunden, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht so geil gefunden. Die Ball 27 fällt also raus. Also die nächste. Die Reclaimer. Okay, also. Reclaimer und MTZ-Stimmen. Dritte Runde. Dieses Mal mit Very Good-Waffen. Ja, wie gesagt, es kann nur besser werden. Okay, wir haben unsere Waffen. Die MTZ-Interceptor, die schon sehr, sehr lange mal Meta gewesen ist. Und die Reclaimer, das ist die neue Schrotflinte. Die muss man aber so ein bisschen anders spielen. Die muss man auf Text-Stands. Und die muss man auch so auf... Die hat noch so einen anderen Feuermodus, der ein bisschen schneller ist. So muss man die spielen, ansonsten kann die wirklich absolut nichts. Okay, da hinten wird gefetzt. Was macht ihr denn hier? Oh, nichts getroffen. Die Geaster an der Stelle. Ja, geil. Oh, mein Gott. Nein, warum habe ich die nicht getroffen? Das wird schwierig, Freunde. Das wird schwierig, Freunde. Oh, mein Gott. Was ist da gerade passiert? Wir kommen jetzt langsam an die guten Waffen. Wir kommen langsam in die richtige Richtung. Ich hinweis direkt, dass wenn das Rad aufkommt hier auf dem Ding, dass sie wieder so einen Drop hier kriegt. Tempos Razorback. Jetzt kommt die nächste. Und MTZ-56. Ich fände es jetzt gut, wenn es klar ist. Nein, nee, war ja richtig. So, Contender-Loadout. MTZ-556 und Tempos Razorback. Wie gesagt, es kann nur bergauf gehen. Und ich finde, dass diese... Es wäre jetzt nicht unbedingt eine Kombination, die ich spielen würde, so, ne? Aber es wäre auf jeden Fall eine... Also, die Waffen kann man spielen, sagen wir es mal so. Aber es ist jetzt keine Kombination, die ich spielen würde. Oh, shit, close, Alter. Die fighten sich aber wieder nicht gegenseitig mit. Oh, doch, jetzt ist da ein Sandwich. Oh, shit. Das war fies. Okay, was war das jetzt? Nein, nein, nein. Ich werde ge-third-partied. Ist das kacke, Alter. Scheiße, wie soll ich das jetzt machen? Ich habe noch zwei neuen. Ich kann mir eine von den Waffen holen. Aber ich kann mir auch da unten die Waffen holen. Aber der müsste eigentlich moven. Oh, ja. Guck mal da. Let's go. 6-4, wir brauchen nichts. Wir können ihn holen. Bitte, 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 das schaffen wir. Nein. Nein, nein. Warum bleibe ich da stehen, Alter? So dumm. Ich muss ja den Lodout holen. Och, Mann, ey. Oh Gott, ey, guckt euch das mal bitte an. Ey, das war auch noch der letzte Bord. Scheiße. Okay, das war eine blöde Runde. Ich fand die Waffen an sich sehr, sehr gut. Aber wir kommen jetzt zu den Meta-Waffen. So viele Ladies sind in the club. So viele Ladies sind in the club. Okay, die erste Waffe. WSP 9. Wir sind jetzt bei den Meta-Waffen-Chat. Also die Waffen sind wirklich gut. Wenn ich damit keinen Sieg hinbekomme, dann ist es eigentlich vorbei. Dann können wir eigentlich das Poster auch direkt hier hin machen. Weil dann schaffe ich es mit den absoluten Meta-Waffen auch nicht. Weil diese Waffen, die unterscheiden sich von den absoluten Meta-Waffen wirklich nur ganz minimal. Hier sind wirklich gute dabei, ne? Okay, die Lachmann-Schraub. Lachmann-Schraub. Okay, mit Umbau-Kit. Mit Umbau-Kit übrigens die Waffe mit der besten TTK im Game. Okay, die MTZ 5.5.6. Yes! Okay, das finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Damit komme ich klar. Damit sollte ich klarkommen. Das sollten wir hinkriegen. Also jetzt langsam muss der Sieg schon her. Jetzt aber ich gehe jetzt da runter. Ich war jetzt. Ich muss da runter. Da unten ist aber auch einer. Scheiße. Er hat mich gesehen, oder? Ich muss abhauen. Scheiße, ich bin entdeckt worden. Scheiße, wie dumm. Jetzt wird es was, Chat. Ich habe es im Urin. Und da kommt die Waffe mit der besten TTK. 25 übrig, Chat. Das ist drin. Nein, ich habe es nicht geschafft. Egal, ich darf jetzt nicht übermittig werden. Wo muss einer? Ich hole mir jetzt jemanden hinein. Alter. Diese Kackteile sind so ekelhaft. Wurde es mal weggeschnitzelt, ne? Ich kriege ihn nicht, weil ich nicht rausaime wieder. Nein, und die Dings ist vorbei, oder? Scheiße, 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 scheiße. Weißt du, wie dumm das bitte war? Wir brauchen den Loadout. Wir brauchen den Loadout. Wir müssen mit dem Loadout am Ende gewinnen, ne? Anders funktioniert es nicht. Wir haben den Loadout wieder, Chat. Wir haben den Loadout wieder. Alles ist offen. Ich muss mal alles geben. Macht mir nicht so einen Druck, Chat. Ihr wisst, dass ich unter Druck nicht arbeiten kann. Nur noch vier Leute übrig, Chat. Das ist drin. Oh mein Gott. Nein, der kommt von hinten. Lass mich in Ruhe. Let me be. Da oben ist er wie meine. Oh mein Gott, ich kann mich hier oben verstecken. Ich kann reingehen. Ich kann reingehen. Das ist hier schon. Erst mal securen. Vier Leute noch da. Let's go. Eins gegen eins gegen eins, Chat. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Ich habe Fettfinger. Bitte meine Hände schwitzen. Nein, 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 nein. Let's fucking go. Let's fucking go. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ähmchen, du hast den richtigen Loadout ausgebellt. Ähmchen hat den richtigen Loadout ausgebellt. So, wir können uns jetzt noch mal ganz kurz anschauen, welche Waffen noch auf der absoluten Metaskala gewesen wären, die wir jetzt noch hätten spielen müssen, aber müssen wir nicht mehr spielen. So, da wären jetzt noch unsere Klassiker. MCW auf Close Range, SVA auf Einzelschuss, K98, zu Peri und Holger Sechs. Chat, eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass ich damit auf jeden Fall einen Sieg gemacht hätte und zwei in den Chat, wenn ihr denkt, dass ich damit keinen Sieg gemacht hätte. Zwei, zwei, alle zwei, okay. Einfach nur, um es euch zu beweisen, Chat, werde ich jetzt auch noch damit einen Sieg holen. Falls ich hiermit keinen Sieg hole, dann muss ich mir das Poster trotzdem in die Wohnung hängen. Okay, machen wir. Holger Sechsundzwanzig. Lassen wir trotzdem den Hund entscheiden oder lassen wir nur das Glücksrad entscheiden? Komm, wir lassen nur das Glücksrad entscheiden, oder? Wir machen die jetzt nicht noch da wild. Und die Superi Sechsundzwanzig. Damit zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert, Chat. Ah, das hört sich jetzt blöd. Für alle Beteiligten. Wo ist der gegnerische Online-Spieler? Ich bin jetzt fully locked in, Chat. Aimchen, aus. Stopp, stopp, stopp. Aus. Aimchen sabotiert mich hier gerade. Ach, ich hab die auf Einzelschuss. Aimi hat die auf Einzelschuss gestellt. Der stellt die gerade nicht wieder um. Der stellt die gerade die ganze Zeit auf Einzelschuss. Was ist los? Ich werde sabotiert. Warum stellt der meine Waffe die ganze Zeit auf Einzelschuss? Ach, die ist unten an dieses Pedal hier gekommen für die ... Ah, ich glaub das nicht. Ey, die manipuliert mich. Die hat mich einfach radikal manipuliert. Die hat mein ... Hinten an meinem Controller ist so ein Profil-Ding. Und das hat sie umgestellt. Okay. Okay. Ich hab meine Waffe nicht nachgeladen. Ich hab meine Waffe nicht nachgeladen. Nein Gott, wie blöd. Mein Gott, das wird so blöd. Das wird so blöd. Ich bin dumm. 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 Oh, ich kann es completeen. Oh, complete, oh, 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 oh. Okay. Shadowbun incoming, meinst du? Hätt's die Beine einfach gebrochen. Oh mein Gott. Wo hat der denn hingeschossen? Schön noch die Alf-Kralle abfarmen. Nein, René! René, ich glaub es nicht. Alter, das war jetzt grad Schiebung, Chat. Also, ähmchen aus. Nein, ich hab mir den falschen Loadout geholt. Nein! Ich bin so blöd, Alter. Ich bin so dumm, Alter. Ich bin so dumm. Oh, ähm, schön. Wir gehen gleich mal raus. Mal gucken, ob wir hier noch jemanden hauen können. Okay, die feiten sich. Hier ist einer unter mir. Da oben ist einer. Also, unter mir ist auf jeden Fall was. Ich verkack's. Oh, nein! Schaut gerne live auf Twitch vorbei. Um euch anzuschauen, welches Post das geworden ist. Ich streame jeden Tag live auf Twitch ab 9 Uhr morgens. Würde ich mich sehr freuen. YouTube ist der Meinung, dass euch dieses Video hier genauso gut gefällt, wie das, was ich gerade gemacht habe. Wir sehen uns also dort. Also, macht's gut. Schwingt den Hut. Und ich steh auf euch.